Hallo und herzlich willkommen bei Red Talk Gamble. Ich bin heute für vier Jahre nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel mit Jules, Junior, äh, genau, viel Spaß. Ok, und es geht los, Korallenriff, platzieren, ok. Oh, ein paar Kisten öffnen. Oh, schon fünf von Sam. Ich habe meine, äh, die, die eine Dingensende gespielt gehabt. Das war noch zehn, das ist gut. Die Runde hatte ich zu Ende gespielt. Deswegen habe ich jetzt hier das Stück freigekriegt, hier jetzt den Korallenriff. Mit dem Renovieren bin ich auch fast fertig. Dauert nicht mehr laut. Das war andere Leute besuchen. Ähm, Geschenke einfordern. Gold, ist ok. Oh, wenn ich 30 Tage gespielt habe, kriege ich ein Haus. Nachrichten. Ah, ich muss auf das Neue drücken. Gut, dann haben wir Party. Achso. Dann haben wir etwas. Dann geht es weiter zur Liberty Apotheke. Ach, ich mache das dann bis Zeit ein bisschen weniger. Vielleicht habe ich dann alles an einem Stück. Probieren wir es. So. Dann switch mal kurz auf und bin gleich wieder da. Irgendwie klappt das nicht. Egal. Wir fangen jetzt an. Okay. Was ist denn da los? Äh, eine Wage. Ist hier. Eine Taschenuhr. Das ist ein Taschenuhr. Das ist ein Taschenuhr. Familienfoto. Da. Familienfoto. Taschenuhr. Wage. Placke. Wischmob. Mikroskop. Stethoskop. Radio. Stethoskop. Was ist denn das Stethoskop? Stethoskop. Äh. Klar. Und sonst. Eine Minute. Gleich wieder da. Okay. Da bin ich wieder. Jetzt. Radio. Äh. Radio. Glocke. Spritze. Okay. Go. Spritze. Radio. Glocke. Wischmob. Wage. Tasche. Oh. Tasse. Abfluss. Taschenrechner. 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 Ein Taschenrechner. Hä? Wo ist der Taschenrechner? Äh. Taschenuhr. Noch zu früh am Morgen. Taschenuhr. Taschenrechner. Ah. Ah. Sonnig. Gibt's doch nicht. Jetzt. Konzentration. Abfluss. Tasche. Stethoskop. Stethoskop. Tasche. Abfluss. Kaktus. Tintenfass. Tintenfass. Wärmflasche. Kaktus. Kamera. Hocker. Okay. Verzierter Schachtel. 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 Kaktus. Hocker. Ach. Erste Kittel. Ja klar. Was ist denn los mit mir heute? Okay. jetzt aber Kaktus Tasche eine Sanduhr da ist die Sanduhr Sanduhr, Tasche Kaktus Radio Beleg Telefon Stöße, Mörse Ocker Gemälde und Blumen, wo sind Blumen? Blumen, 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 wieder nicht geschafft, das gibt es doch nicht Nein Blume, Blume, Blume Ach, hat er da Ich weiß ja nicht, was heute mit mir los ist, aber sehr gut läuft es nicht nicht wirklich Tasche Tasse Abfluss Abfluss, ok Blume war da Hocker war da Stöße, Mörse Der Hut ist auf dem Kopf Arzt, Kitte Arzt, Maske jetzt Ach, Mensch Lupe Mullbinde Ok Reflex Reflexhammer Reflexhammer Da ist der Reflexhammer Arzt, Maske Da ist die Lupe Ne, ist keine Lupe Da ist die Lupe Heizmaske Ist das so eine Art Corona-Maske Ist das so eine Art Corona-Maske? Jawohl Corona-Maske OP-Maske Abfluss Abfluss Tasche Schlüssel Da, Schlüssel Ah, Tasse Feuerlöcher Regänzglas Regänzglas Ne Arztkette Fizierte Schachtel Auch nicht Reflexhammer Ach da sind die Regänzgläschen Arztmaske Kleeblatt Kleeblatt Ein Kamm Und ein Pfeil Wo haben wir die Sachen? Pfeil Kamm Kamm, wo bist du? Ich sehe keinen Kamm Boah Ja Hätte ich wahrscheinlich irgendwann noch gefunden, aber Schlüssel Wischmopp Abfluss Ok Müsste Blume Und Die Lupe Ah Ah Arzneikasten 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 Hier vorne irgendwo Ah ne Das war Arzneikasten Spiegel Kamm Ah 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 So Zahnrad Zahnrad Kleeblatt War der Pfeil da War der Pfeil da War der Pfeil da War der Pfeil da Wow perfekt Perfekt Nicht perfekt Nicht perfekt Nicht perfekt Scheiße Das war keine perfekte Runde Abfluss Schlüssel Sanduhr 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 Abfluss 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 Messer Messer Das ist Messer she Ja vodka Kein perfekt Yida Das gibts doch nicht Schaffe ich noch eine perfekte Runde Heute schaffe ich es noch schwieriger es kommen noch mehr sachen dazu so abfluss Medaille könnte Medaille sein ein Ventilator könnte der sein darum Ventilator Abschluss ich finde die Medaille nicht okay Ventilator Abfluss Telefon Ölbinde Kleeblatt Kasten Spiegel das soll Medaille okay ein Griff Griff gibt es viele hier zum Beispiel der hier Gürte getrocknete Kräuter getrocknete Kräuter ein Füller natürlich ich muss sagen könnte sonst sein am Bauch ich bin auch der Füller ja 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 das werde ich oh noch drei Runden Kasse Gaktus Müßelstöße okay ich habe immer noch keine perfekte Runde das kann doch nicht sein Magnet oh Gott Lupe Snipe der Füller toller Siphon Tablett der Gürte war hier wo ist das Tablett und das ist gut versteckt das ist ja das hätte ich auch nicht so schnell gefunden ok und Radio Spritze Reagenzgläser Blume Hocker Pfeil Pfeil Magnet Dollar Zeichen Füller oder Buch Ha Perfekt kein Perfekt Ach Mensch Pfeil 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 Läu aber Level up Äh was ist das Level up Auf Platz Nummer 10 Pfeil 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 Tablet, Füller, Buch. Perfekt. Bestimmt, weil ich da unten drauf gedrückt habe. Kein Perfekt. Und da hätte ich nicht drauf drücken müssen, weil ich wusste, dass der da ist. Ich habe den vorhin schon gesehen. Letzte Runde. Steleskop. Äh, Mikroskop. Steleskop. Müllbinde. Oh, Kamm. Kamm. Kamera. Alles schon wieder kaputt. Münze. Fernfische. Kamera. Gut. Beute. Giftsymbol. Sniperkasten. Dollarzeichen. Brille. Ah, der Verbeute. Und jetzt ist es vorbei. Also, das war nicht gut heute. Das war wirklich nicht gut. Schade. Ich habe vielleicht noch. Nein. Ja. Hm. Äh, gar nicht. Was soll's. Halloween. Ich schaue nochmal hier rein, in den Hocker. Das ist ja jetzt auch neu gekommen. Ah, ich kann einer Gilde beitreten. Okay, beitreten. Ich habe 1.370. Oder was ist das von der ganzen Gilde zusammen? Ich habe 0. Ich habe 0. 1.370. Oder? Hier ist, also das hat doch kein Gilde. Das sind nur Nachrichten. Neu beigedreht. Hier ist 2 Leute online. Kaffee. Runde von dir. Okay. Das war's. Hier kann man nicht noch was machen. Okay. Liga. Wir sind auf Platz 4. Ah, da war er auch schon. Auf der ganzen Welt sind wir auf 26.226. Auch schön. Aber was kann ich jetzt mit der Gilde hier machen? Nachricht. Hallo? Chicken. Ah doch, das ist hier der Chat. Genau. Also durch eine Nachricht und auch scheint das hier. Okay, hier kann ich mir Energie kaufen. Den kaufe ich mir. Der kostet nichts. Porträt. Was soll ich mit Porträt? Ich habe mein eigenes Porträt hier oben. Sieht viel schöner aus. Hm. Mal da drauf drücken. Ach, das sind die ganzen Gilden. Ich weiß jetzt gerade nicht, was ich mit der Gilde machen kann. Aber ich bin in einer Gilde drin. Dann nehmen wir jetzt das hier mal kurz. Drei Fotos. Aufdecken. Abholen. Aufdecken. Abholen. Und der letzte. Aufdecken. Abholen. Gut. Ich kann mal welche kaufen. Okay. Okay. Da habe ich eins. Platzieren. Ich will platzieren. Die Krone. Die ist j. Und raus. Hier sind zwei Sachen zum platzieren. Vielleicht ist das auch so. Schaden. Muss ich immer in das Bild reingehen. Die Truhe. Und die Schriftrolle. Hier habe ich eins. Eine Tür. Oder war es eine Uhr? Eine Uhr. Und das letzte. Eine Schnuppe. Oh, Komet. Ich bin Verderber. Ich darf mir jetzt das wünschen. Ich habe eine Sternschnuppe gesehen. Das war's. Gut, gut. Wenn der Sönne geladen hat, kann ich mir sagen. Das war's für heute. Ich werde ein Spiel beendet. Ich werde ein Spiel beendet. Ich habe ein Spiel beendet. Ich werde ein Spiel beendet. Ich werde ein Spiel beendet. Und das war's für heute. kann man das eigentlich auch drehen? Nein. Schade. Gut, dann beenden wir das Spiel. Geht nicht. Dann beende ich das so. BAM! Und ich sage Dankeschön für Zuschauer und ich würde mich freuen, dass ihr beim nächsten Video dabei seid. Bis dann, dass ihr euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Bis dann!